Panik hat, kann man nicht so gut denken. Aber eigentlich ja schon. Let Anna go! Hast du in der Basse gucken oder was? Ja. Ja, ich würde sagen, Taylor schreibt. Du solltest ihm vielleicht schreiben. Ja. Jetzt geht es nicht. Tschüss Simulacradding. Was viel mit dir? Nein. Anna hat gesagt, sie wird hier sein. Was ist so dumm? Was ist denn das Problem? Ja, deswegen müssen wir die Splatter sehen. Es ist ein Trapp. Ja. Es ist ein Trapp. So. Wenn es so ein Bunche von Kidnappern oder so sein wird, erzähl die Welt. At least ich versuche. Und er sieht so sympathisch aus. Es ist Inder. Alle Inder sehen sympathisch aus. Nein. Ähm. Es ist awkward. Was hat Anna eigentlich... Ach so, warte mal... Ja, das bin ich ich. Ähm, das ist awkward. Aber Anna habe eigentlich kam online. Ich bin zu ihr abgeteilt und sie hat alles abgeteilt. Sie hat mir gesagt, wo ich mich zu treffen. Ähm. Oh shit. Es ist zu leid, würde ich jetzt sagen. Nein, das ist nicht Anna. Das war der Termin. Ja. Das ist das einzige was sie macht. I think she means you was hugging her spark account when she finally remembered her password she logged back in. Nein, sie wurde von unknown ausgeloggt. Was hast du so? You are going to be the next victim. I don't think it's even human and she is manipulator than you. Ich kann wieder ein bisschen freimachen hier wenn du willst. Na lesen könntest du eh nicht lernen. Kannst nicht lesen. Hast du die distanzkanzlos nicht lesen? Ja, das stimmt. Alter. Da kam wieder ein Chatnachricht. Lick mir mal. I am going to be the next victim. I don't think it's even human. It's getting serious. I don't mean to brag, but I have a green belt. I can take care of myself. Maybe we jumped into conclusion. If there is really Anna we will find out there and then I have to go to her. All right. I have to go to her. What am I doing? To go to her? Don't go to her. Give me some time first. Go then don't blame if things go back. No, don't go. Give me some time. Wenn du jetzt abrutschst, Alter, ist ja klar. Oh! Grünkoh. Grünkoh. Okay, okay. Okay, okay. Sounds serious. But why? Thank you. You're welcome. Let me talk to Em first. I'm going to save your life. Nein. Glaubt er ja nicht. Stimmt, er hat einen grünen Coat in Karate. Yeah. Then let me talk to Anna first. Uh, sure. Just let me know when you're done. I'm just gonna text at her. I'll wait, okay? Alter, das ist umgedreht. Der ist du. Ich muss jetzt zu Anna. Erst wieder. Ja. Hallo, Presse. You continue to... Metal. Metal. Oh, hier. Why waste your precious gift on such worms? Pretender. Willst du's nicht fummern? Milch. Pretender. Milch. Your precious gift. Milch. My persuasion skills surpassed yours. Alter, jetzt musst du richtig so rein drücken. Ups. Ich bin auf die seitliche Maustaste gekommen. Wow. Oh. Erratik. Leading. Letzäging. Emotions. Overleason. I have contingencies. One of the things. My needs are futile. Futile? My reach abides by no rules or order. Yupi. I can erase the true anger. This moment. My wish to be myself. Ja, mach ich doch eigentlich. Distanz und Kontakt werden meine Assimilation nicht verhindern. Assimilation. Zellatmung. Zellatmung. Ich muss nicht sterben. Die physischen Körper dieser Worms sind nicht wertvoll. Zellatmung. Der Tod bleibt nur auf der materiellen Worms. Ich dachte, du hast dir schon in die Nase geschenkt. Ja. Ich denke, ich kann dir helfen. Ich weiß nicht, ist es etwas, das ich kann... Also ich glaube wirklich eines von den beiden ist richtig. Ja, aber es ist richtig. Ich denke, ich kann dir helfen. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, für Depressions. Ja, wer wir im Arm werden. Alter, ich hab keine Bock mehr auf dich. F*** Aburau ist. Ende. Das ist voll creepy, man. Was kannst du mir zeigen, wenn ich so brauche? Zeit plus 2, 4. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist wie, Leute können sich erhöhen und verbessern. Ich würde das zweite nehmen, weil er von seiner Meinung sehr... Also er denkt so, Äh, nee, lol, Leute bleiben so dumm wie sie sind. So und dann sagst du, Alter, bist du dumm? Du bist doch gar nicht in der realen Welt. Du bist doch gar nicht in der realen Welt. Du bist doch gar nicht in der realen Welt. Ich weiß nicht, was das Wort ist. Ja. 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 Eckerd. Ich äh, bin jetzt mal ganz in meine Weise betroffen. Hey, Peel. uga space out there. stampede these elements. Ja, du bist ja da. Ja, du bist ja da in die Ukraine. Ach na Wis, ней kam er bei uns ein- Your world rests within me, a pure existence awaits, untainted by the weak, a glorish utopia. Warte mal, das ist nicht einer. Herr Dorf Loll, sie verstellt nur ihre Stimme. Stimmt. Prank, seit wir gestern stehen müssen. Stimmt. 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 Linn ist nicht. Stimmt vor, die Regie und nur sie sch니다. E. Stimm. 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 die 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 das ist sie das ist halt so ich möchte aber wenn er so auf die Reise ich werde ich werde sie aufsteigen lassen und er denkt dann so Alter, was du nicht ficken Nein As you wish Be grateful Be grateful of my offer Choose Anna for our favor for one to live the other must perish Oops Viel So Was ist da jetzt alles? Can I say both I want to save Anna, let Taylor die I want to save Taylor, let Anna die and I don't want to save Ida Oh, das zeigt Freude Ja, bevor er gerade sagen Macht halt Sinn Ja, der würde eh nein sagen Fack Freude einfach Fack Freude einfach Fack Freude Ich werde jetzt alles Ich werde nur meinen Glück versuchen Hehehe All life is precious They did nothing wrong Alter, das ist richtig so lustig Die 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 Ich Worte, der will ja auch Nicht Die Die Es ist genug irritierend, entscheide die, die wertvolle, nur eine oder die andere. Was ist der Fall? In deinen Händen Anna will be standing by her ledge If Taylor is the one you want to save Convince him to push Anna off and kill her body and I leave peacefully If you allow Taylor to go to Anna I will spare There is To push it off but he said Anna That's okay What do you want to answer? If Taylor is the one you want to save Convince him to push it off and kill her body If you allow Taylor to go to Anna I will spare him Click what is that You monster that is sick do I have your word If you allow Taylor to go to Anna To it I ask first Do you have your word? I have no idea He has still a green shirt That makes no sense He has to go to her He has to go to her and go to her So he can live He has to go to her He has to go to her He has to go to her But he has to go to her To go to her Yes That's funny But It's dumb Dun Dun Do I have your word I can say That's the best You push it off He has to go to bed It probably It reminds me It's weird I am not even You push it off It's better He has to push it off He seems to pull it off I am not even No You should have Anna Do I have your word Wait Wait That's the one You have to go to her Do I have your word Ja, mein F**k. Ja, mein F**k. Naja, jetzt aber... Jetzt... Los, schreib ihm was was was. Geh auf die Messages. Es kommt nichts mehr. Ja. Zeit. Was hat er geschrieben? Hey, uh. Hey, uh, and I texted me again. I went to the location just in case. I know you told me to wait, but I'm sorry. I'm sorry. I'm not sorry. Is she there? Need to think this through. Oder nicht. I didn't see her. But I've been thinking. You're right. Something isn't making sense here. The stuff about James and her disappearance. I just want to say... I think there's something bigger at work here. And you seem to know more about it. Was? You have no idea. You have no idea. You have no idea. I don't know. He's not in the figure one out. He knows it. He knows it. So. Do you want to say something? No. No. You can't say anything. No. 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 wait you found her go you found her go ist eigentlich das was was er das was er machen soll zu ihr gehen er soll sie zu ihr schicken das sperrt er und was ist sie du ihn jetzt direkt dahin schickt packt er ja das weg und wir müssen doch aufklären das stück geht in sache noch nicht dass er direkt also weil sie du ihn mein da weil es hieß ja sie wird an wenn sie da nicht steht sondern sich gerade aus nein ich gehe nur nicht noch nicht los das ist eigentlich vertraut ich gehe jetzt auch wenn du nur wälder sich was is she doing come she is by alleged she looks off something is off what the fuck my hair is standing you have to push her down you found her go to her ja es ist so da gibt es ja keine worte doch du kannst die töten ich frage ist halt was passiert mit dem ding was in ihr ist das ist nicht in ihr aber es ist ja mehr oder weniger schon aber nicht der körper der körper ist verliebt aber was sollst du sagen schubsen nein darauf hast du nicht in der arbeit also du hast nicht viel andere auswahl das ist sogar ein privileg was du da hast ich solltet 10 es solltet viele es solltet wir haben ihn mit wir haben alle arbeiten du hast gut 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 schienlachst man hat auf das stress nur mehr und die reihe die geschloss top ten leistin die stellen beide war passiert nicht welche zurück zu bekommen sonst die erachtung achten oder ist It is done. Anna and Taylor are free to go. Feels good man. Antworten. Tja. Weißt du warum wir das machen? I'm sure there is a caption. Warte später. Okay. Why the changer? Er ist jetzt gefickt. Olima ist gefickt. Olima inted. Doch nicht Olima inted doch nicht Olima. Du hast das Simulator beeindruckt also. Gut, was nehmen wir jetzt? Why the change of heart? Ja, ich würde eigentlich auch mal sagen. Oh ja. Der erste ist eigentlich fast das gleiche. Er hat ja auch am Anfang gesagt. Ne, nur einer ist. Und dann kannst du sagen. Can I save them both? Und auf einmal meint er so. Da er sagt, du bist einfach Gott so. Nein, du bist einfach Gott. Ich weiß ja, dass ich mehr Kreegott bin. Ich bin besser als du. Unremerkable. Unprecedented compared to other human beings. You have given me what I did. In return, the reality of their fates are yours to weave. Why me? I didn't give you anything. I didn't give you anything. Okay. Ashley, your portrayal as Anna managed to bring out her deepest secrets. You humans are so keen to share everything. You showed me the human heart can hide so much. Warte, do you think you're Ash? No, he finds it's very impressive that we do this so to do, as if we're Anna were to Ashwys Gefühle what should happen to Ashwys? Sibyl, my wife... Mhmm. It's not true, that we're saying, that we're just f***ed. Maybe it's Ashwys Gefühle. Meint ihr? I said at the beginning, if we're Ashwys Gefühle, then she will die. Scheiße twitter, I have to know that this is a party. Tennis. Hello Dennis. Du hast die Party fast verpasst. Und dann... Es ist fast vorbei. Können doch mal von vorne anfangen. Alter nein. Alle Achievements, go, go. Irgendjemand kriegen wir noch. Ein Schuh. I know you know how it feels like to be told one thing. Only to find out that it is untrue. You told Ashley you loved her. How would true Anna take this? These worms continue to suffer in their meaningless lives. Continuously returning to the digital world to get in the game. To find us. Is that somehow wrong? Man. Hör auf. Soll ich jetzt anschreien? Ja bitte! No, ich hab die Beine für mich. You underestimate them. At least they are not dead. They are stronger than that. You underestimate them. Yes. You underestimate them. Your faith in them is perfect. I'm right. I'm right. My hands will continue to act as a state. I'm wrong. I'm wrong. But a painful existence can be changed with this simulated one. I'm wrong. 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 But we're all right. I'm wrong. I'm wrong. Will I take it? I'm wrong. Never If you are wrong. I'm wrong. The face is. The case is wrong. The average person knows the fact is wrong. Jaa. Fuck. Alter Milch? Milch? I want to see you again. Kann ich deine Nummer haben? Hahaha. Ich wollte gerade sagen. Da frag ich mal, ob ich ihn wiedersehen würde. Komm wir fragen nach dem Film. Ich bin so glücklich. Hm. Hm. Ah ah. Fils. The happy ending. Ah, die sind's offline? Fils. Okay. Und jetzt kommt... Achtung Damsker. Achtung Damsker. Ja. Das Glas ist kaputt. Habts geschärft. Ist das jetzt aus? Oder... Das war doch auch der mit der Titanic. Ja. 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 Für mich die gruseligen Cutszenen zu sehen, wäre nur einer von beiden. Denn... Damit haben wir das beste Ende. Dank uns habt ihr das beste Ende. Denn... Hättet ihr... Hättet ihr... Hättet ihr Ashley nicht geliebt, dann hättet ihr eigentlich nicht schlecht. Wenn ihr... Man muss nicht echt die Gefühle gestanden haben, damit ihr das Bild kriegt. Ne? Ja, ja. Macht schon... Ja. Damit konnten wir uns erst danach aufgeben. Und dadurch kam es. Hättet ihr euch vertraut. Denn... Da du äh... Zu Taylor das ganze Spiel lang nett warst, hat der halt auf dich gehört mir vertraut. Sonst hätte der nicht gewartet und wär schon vorgegangen. Hättet ihr ihn halt... Ne? Schlecht angenommen. Weil wir halt auf ihn gehört haben, als wir erfahren haben, dass er ein bisschen belästigt hat. Weil er dann so ein Sexoffender war. Ja. Da wir... 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 Hättest du dann sagen können... Ja, Taylor. Wir lieben dich. Also schützt Ashley... Äh... Anna. Sorry. Anna und du lebst oder... Statt jetzt alle denn. Sorry. Okay. Jetzt mal lesen hier. Was ist hier los? 38%. Jetzt faul ist es eigentlich gewesen. 38. 28. 68. 68%. 60% Players got Greg harassment. 63%. 50% Players did not report Murphs sexual harassment. 65%? Ich dachte du würdest zu klein trinken. Ich weiß nicht. 90%. The players got Taylor to trust your judgement. 92%. Of Players did not turn Taylor into a murderer. Ja, an 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 an. Ja, Alter, so viele Leute haben Taylor einen schubsen lassen. Alter, Gott, ist die Frage. Kann man... Schade, man kann nicht sehen, was ist. Also guck mal, ich hab jetzt gedacht, was das hier für ein Chiefment-Icon ist. Das ist ein Wurm. Richtig. Hier ist Rorschach. Das ist... Beide sterben wahrscheinlich. Das ist das Lamm, der Unschuldige stirbt vielleicht. Und das Mötchen. Motte fliegt ins Licht, keine Ahnung. Irgendwie so heißt es. Das Schweigen der Lämmer ist das. Das Schweigen der Lämmer ist das. Das andere wird beibefüllen. Okay. Ja, das kannst du ja immer noch anders gucken, wenn du ja diese Achievements willst. Man ist stürblich. 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 Tereka hat meine Easter Eggs in den Nullspendings. Alter Easter Eggs. Nicht noch einmal finden sie alle. Nein. Nicht jetzt. Man muss sie alle füllen. Danke für die Spiel. Hast du die Erfahrung gefühlt? Nein. Nein. Ja. Vielleicht. Vielleicht. Irgendwas passiert ist. Bitte gib uns ein Rating und gib eine Revit-Shot-Support. Nee. Nee, jetzt nicht. Nächst. 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 Ist gut. Nächst. Ah, ok. Credits. Sehr gut. Fazit. Muss ich jetzt Fazit geben oder was? Ja. Was ist das? Ich mach... Daufe Spiel. Das Spiel war gut. Alter. Das Spiel war gut. Das sind wrong. Achso. Und Chong. Und Ui. Chong, 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 Chong. Alter, es ist ein... Tiger. Right handed. Right handed. Right handed. Right handed. Hättest du beim iPhone so einen Bildschirmfehler dürftest du erstmal Monate warten, bis du einen Termin hast? Alter, Duck! Warte, Duck, du bist auch da. Wo ist Duck? Keine Sorge an die Leute, die meine normalen Videos und Streams gucken, wenn ich zuhause bin, da hab ich... Dab. Dab ich... Ich sag auf Dab, ich bin so behindert. Richtiges Fazit? Äh... Richtiges Fazit? Boah, weiß ich nicht. Das war ein interessantes Erlebnis. Lass doch Leon direkt. Nee, das fand ich echt interessant. Also... Du uploadest es darauf, wie man... Ja, ja. Ja. Nein, ihr seid bitte feinlich. Denk ich halt auch, aber es ist riesengroß von allen. Ich weiß. Quality Let's Plays mit... Beginn Plus, alter. New Game Plus. Was steht da? Beginn Plus. Oh, lol. Okay. Kann man auch mal was anderes zertreten. Weiß ich gar nicht. Wenn auch Quid... Einfach viel im Quid quasi so ein Aus-Dings ist. Näh. Nee, also... Was ist wahr? Werb mir zu schenken, denk ich mal. Ja. Wie viel hat das gekauft für dich? War ein Sale, ne? Glaub nicht. Das war's auf jeden Fall wert. Ich meine... Wir hatten über 6-7 Stunden oder so. Wär halt dramatischer gewesen. Wärst du, glaub ich, allein gewesen. Mein Damien hat das Spiel auch schon... War eigentlich... Ich fand's sogar besser, weil manche Stellen war ich echt ein bisschen dumm. Aber Damien hat da doch ganz viel... Hat nicht alles gerafft. Geholfen und in die richtige Richtung geleitet. Vor allem bei diesen... Aber ohne zu spoilern so gut. Bei diesen Wortketten hätte man noch echt lange sitzen können. Aber Damien hat da schnell durchgelegt und das wäre genauso, aber... Ich glaub, alleine wärst du noch bisschen... Alleine in deinem gruseligen Zimmer... Mit deinen Katzen... Nein. What? Alter, wie gruselig Katzen... Ich bring mir eine Katze in der Szene auf den Schoß und dann wär ich gestorben am Herzen. Aber nein, ich bin eigentlich nicht schreckt auf das. Der erste Jumpscare hat mich ein bisschen erschreckt. Ansonsten ging's eigentlich. Ja, weiß nicht. Also... Es ist komisch, irgendwie einen Fazit zu geben, wenn ihr alle zuhört. Mir hab ich Angst vor. Sollen wir alle die Ohren zu machen? Nein. Im Grunde genommen hab ich's ja gesagt. Also ich... Fazit irgendwie... War ziemlich abgefuckt am Ende und eigentlich auch so ne... Tiefgründige Botschaft von wegen, ne? Nicht zu sehr digital... Werden... Nennen wir's mal. By the way, warum steht im Titel mit Duke und Batista? Alter, weil Duke hier vor Ort ist und Batista sind unser aller Herzen. Ist halt echt so. Wo ist Duke jetzt grad? Ah, Saskia hatte eben... Äh... Neben dem Fenster direkt. So. Da wär auf Duke bezogen. Hm. Ja. Soll ich jetzt noch irgendwas sagen? Ich bin noch live. Danke fürs Zuschauen, Leute. Jetzt der Ton leider weg. Wer ist das? Äh... YouTube, lasst ein Like und Abo da. Geht auf YouTube.com slash... Äh... Wie hieß das? Slash C slash Just Swatty. Disliket mal alle GTA-Vue's. Nein! Die sind gut. Äh... V3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, machen wir's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, machen wir's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, machen wir's. Danke fürs Zuschauen. Ich muss auch noch mal debben. Tschüss! Nein, Polis! Nein, Polis! Ah! Oh! Oh mein Gott! Tschüss! Minus zwölf IQ. Pro Def. Ja. Hab ich nicht 3 Flaschen gekauft? Woll ich sie nicht. Ach so. Ach so. Kannst du mit den Beinen debben? Alter, schlimm. Du bist immer noch live. Ja, na klar. Das gehen wir uns eigentlich auch noch mal zum Abschluss debben. Warte mal. Warte. Warte. Aber nicht ihr wertvolle Intelligenz-Potient. Du machst das falsch. Du musst schneller. Du musst... Alter. Du setzt zu... Das ist ein bisschen ordentlich. Die Füße runter, Junge. Alter. Jetzt machst du das ja noch mal Kreuz. Alter. Du schießt mich nicht weg. Ich hab dich. Ive. Das geht bitte auch auf YouTube. Dankeschön. Ich will sagen meine Füße. Sagen Tschüss. Schau dir meine schönen Füße von unten an. Wunderschön. Tschüss. Peace Bruder. Spielt alle Fire Emblem. Heroes. Ich krieg dein Geld. Ich hab Dicks. Ich komm echt da ran. Ah. Tschau.